Ich bin 80 Jahre alt, wo ich siehe, das ist ein Schädenesort. Ich bin seit 30 Jahren in der Tat, weil ich meine Beziehungen nicht mehr so gut bin. Das ist so. In der Nähe des Möbeln Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nächste Haltestelle Neumarkt Nächste Haltestelle Neumarkt Nächste Haltestelle Neumarkt